SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Wir dürfen aufatmen. Die Pandemie ist zwar nicht richtig besiegt, aber wir können uns schon wieder mit Freunden treffen und über Literatur sprechen. Und genau das ist das, was wir schon so lange herbeisehen. Wir Literaturfreunde hatten es ja ohnehin nicht ganz schlecht. Wir haben uns rangemacht von unserem Hobby aus an die Bücher, an die dicken, an die dünnen, an die komplizierten und an die leichten. Es war nie langweilig. Aber etwas hat uns gefehlt. Der Austausch über das Gelesene. Und deshalb freuen wir uns jetzt, dass es wieder möglich ist. Und wir haben uns im Literaturclub in der Seniorenakademie in der Wismarischen Straße 144 in Schwerin schon zu einer kleinen Gruppe gefunden und waren glücklich, dass wir wieder über Literatur diskutieren können. Und für den Herbst sind auch Listerveranstaltungen schon angedacht. So zum Beispiel zu Anna Segers Erzählkunst im Exil. Und dabei bei dieser Veranstaltung werden dann klassische Musikbeiträge durch die Familie Möbius kommen. Oder wir werden entdecken einen Maler, den man hier meistens noch nicht kennt, der in Russland aber sehr bekannt ist. Den Wladimir Seeroff, der in der Tretjakov-Galerie in Moskau eine eigene Abteilung hat. Und Alfred Nehring aus Arnshof hat dazu ein Buch schon im letzten Jahr herausgebracht. Und das würden wir dann wahrscheinlich in diesem Herbst in einer Listerveranstaltung bringen. Ja, und vielleicht sind überhaupt im Herbst wieder Schriftstellerlesungen mit anschließendem Gespräch möglich. Ich möchte Ihnen jetzt drei besondere Bücher vorstellen. Zwei sind ganz neu und eins ist aus dem Jahre 2019, also so alt auch wieder nicht. So, da ist einmal vom Aufstehen ein Leben in Geschichten von Helga Schubert aus Altmädeln, also hier ganz in der Nähe, aus dem DTV 2021. Und Helga Schubert hat ja im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Gegenwärtig ist sie bei Literaturkennern überall mit ihrem ungewöhnlichen Buch in aller Munde. Dann von Klaus Modig, Fahrtwind aus dem Kiepenheuer & Witsch Verlag 2021. Und Klaus Modig habe ich ja hier auch schon manchmal vorgestellt. Zum Beispiel sein Buch Konzert ohne Dichter oder Kaiserlingsgeheimnis waren hier schon zur Sprache gekommen. Dann möchte ich Hinweise geben zu Unterhörnings Buch am Horizont der Meere, Galadali, Ebersbach und Simon 2019. Hier vorgestellt habe ich von Unterhörner ja schon die Bücher 1929, Frauen im Jahr Babylon und 1919, das Jahr der Frauen. Helga Schubert vom Aufstehen. Wie gesagt, sie wurde 2020 Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises. Ich glaube, sie ist ein sehr hellhöriger Mensch, was sie in ihrem preisgekrönten Buch vom Aufstehen ein Leben in Geschichten beweist. In Altmädeln lebt sie, ganz fest seit 2008. Sie wirft einen ironischen Blick auf unser freies Leben, in dem Hansa-Fans von Polizei begleitet werden und eine verlorene Badehose zum Tode führt. Sie denkt sehnsuchtsvoll an ihre Kindheit, an die großen Ferien bei der Großmutter, deren Herzlichkeit und Bücherschatz sie stärkte, sodass sie sagt, so konnte ich alle Kälte überleben. Die Kälte hat mit ihrer Mutter zu tun, die 1941 als junge Frau Witwe wurde, mit der kleinen Helga auf die Flucht gehen und sehr früh hart werden musste, um nicht am Leben zu verzweifeln. Ihr Lebensmittelpunkt lag in Ost-Berlin, wo sie als Kind mit ihrer Mutter Rias hörte und in der Schule die Regeln des Ostens lernte. Die Beziehung zur Mutter wird in ungewöhnlicher Weise wiedergegeben. So spricht die Autorin über sich als Tochter meiner Mutter. Was Fremdheit assoziiert. 1987 flog die Autorin zum ersten Mal nach Amerika. Aus taktischen Gründen wollte die DDR damals mit der Freiheit der Schriftsteller Punkte sammeln. Beim Erzählen entsteht ein differenziertes Bild der Mutter, die im hohen Alter die Tochter noch immer verletzt. Ich kann gar nicht begreifen, dass sie meine Mutter ist, sagt sie zur Pastorin. Sie könne das vierte Gebot nicht befolgen. Doch die Pastorin entgegnet, sie kümmere sich ja um die Mutter, sie ehre sie, sie muss sie nicht lieben. Warum dieses Buch lesen? Es ist ein denkwürdiges Buch. Die Geschichten zeigen, wie kompliziert und tragikomisch Leben sein kann. In Klaus Modigs neuem Buch Fahrtwind geht es kurzweilig und witzig zu. Josef von Eichendorff hat hier seine Hände im Spiel. Beim Durchstöbern des Bücherregals war dem Autor das zerfledderte Reklambändchen aus dem Leben eines Taugenichts entgegengefallen, das er im Germanistikstudium bekritzelt hatte. Das weckte Erinnerungen an die 1970er Jahre, als er sich frei wie Eichendorffs Taugenichts fühlte. Mit Gitarre und per Anhalter macht er sich auf ins Weiß nicht wo. Nur weg von der Firma seines Vaters, in die er einsteigen soll. Es geht mit Mercedes und zwei Damen südwärts zu einem Hotel bei Wien, wo er für morbide, besser verdienende Musik machen soll. Während die mannstolle Mercedes-Dame ihm nachsteigt, verschwindet die angebetete Allerschönste. Im Garten des Hotels fallen dem jungen Nichtsnutz Zeilen für ein Lied ein, das er den Gästen vorsingt. Aber ein Bleiben in dieser Welt kommt nicht in Frage. Er zieht weiter. Zuvor ist ihm noch dieser gewisse Eichendorff mit seinen Gedichten in der Bibliothek begegnet, die er erstmals liest und von denen er fasziniert ist. Und ich mag mich nicht bewahren. Weit von euch treibt mich der Wind, heißt es da. Genau wie dieser Romantiker will er sich weiter treiben lassen. Unser Troubadour gelangt nach Rom, sogar in die Villa Massimo. Alles ist möglich in diesem Fahrtwind. Es macht Laune, dem modernen Taugen nichts zu folgen, der sie jugendlich frisch und leicht erzählt. Warum das Buch lesen? Wir genießen den sonnigen Süden, begegnen Bob Dylan, den Beatles und Goethe. Unterhörner am Horizont der Meere, Gala Dalí Erst auf Seite 246 begegnete ich in Unterhörners Roman dem Künstler Salvador Dalí. Aber ich bin nicht enttäuscht. So konnte ich die Entwicklung der Helena Diakonoma aus Moskau zur Gala Dalí in Katalonien erleben. Diese Frau hat keine Angst. Fährt allein zur Kur in das 2500 Kilometer entfernte Davos, wo sie Paul Éloir kennenlernt, den sie 1917 heiratet. Dalí, den Hauptvertreter der surrealistischen Maler, kann man ohne das Umfeld von Paul und Gala in Paris wenig verstehen. Gut zu wissen, was die surrealistischen Literaten in Paris tun. Die Beschreibung des Lebens der Dichter Breton, Aragon und andere macht klar, wie Intellektuelle nach dem Blutvergießen des Ersten Weltkrieges die Gesellschaft verändern wollten. Sie predigten die freie Liebe. Galas außereheliches Liebesleben erlebt aber Schiffbruch. Ihr Gatte ist Immobilienmakler, vor allem aber Dichter. Unter Bretons Herrschaft wird Paul vom Dadaisten zum Surrealisten. Er kann sich aufgrund seiner Familie ein angenehmes Leben leisten, doch Gala ist das zu langweilig. Sie will sich selbst verwirklichen. Mit fremden Schlafzimmern ist sie nicht mehr zufrieden. Nach Moskau kann sie nicht zurück. Die Bolschewiki haben ihre Familie in Armut gestürzt. Gala möchte sichtbar werden und sucht einen Gefährten auf Augenhöhe. Sie findet ihn an der katalonischen Küste. Aus Salvador Dalí, der ein Trauma und Angst vor Sex hat, wird sie einen berühmten Künstler machen. Warum dieses Buch lesen? Unterhörner versteht es unterhaltsam über Entwicklung und Leben von Künstlern zu berichten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einige gute Tipps geben. Bevor ich zu Ende komme, möchte ich noch an eine außergewöhnliche Schauspielerin erinnern, deren 140. Geburtstag bevorsteht, nämlich am 11. September. Die den Deutschen und so manchem Dichter so gefiel, dass sie sie auf Hiddensee, auf der Insel Hiddensee, gern besuchten. Es ist Asta Nielsen, der Stummfilmstar, der alle verzaubern konnte. Wenn Asta Nielsen in Vittel in ihrem Karussell weilte, war Ringelnatz nicht weit. Und sein Gedicht, Der Stein, passt zu unserer Pandemiezeit, die wir anfangs unterschätzten. Mit diesem Ringelnatz-Gedicht möchte ich mich verabschieden. Der Stein Ein kleines Steinchen rollte munter von einem hohen Berg herunter. Und als es durch den Schnee so rollte, war es viel größer, als es wollte. So sprach der Stein mit stolzer Miene, jetzt bin ich eine Schneelawine. Er riss im Rollen noch ein Haus und sieben große Bäume aus. Dann rollte er ins Meer hinein und dort versank der kleine Stein. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, im Juli. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie. Ihre Leanne Römer SWS Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Leanne Römer Die Buchtipps. Kürz �